Willst du einen Schneemann bauen? Los komm und spiel mit mir Ich sah dich schon so lang nicht mehr Vermiss dich sehr Was ist nur los mit dir? Wir waren wie Pech und Schwefel Doch jetzt nicht mehr Sag mir bitte nur wieso Willst du einen Schneemann bauen? Oder vielleicht was anderes bauen? Geh weg Anna Guter nicht Willst du einen Schneemann bauen? Und dann machen wir es an Ich würde jetzt so gerne mit dir spielen Allein zu sein ist eine fürchterliche Fall Ich fühle mich so einsam Alles ist so leer Ich starbe nur auf die Uhr Was hat es mit diesem Schneemann auf sich? Das verstehe ich nicht Es gibt einen Film, der heißt Die Eiskönigin In diesem Film waren Anna und Elsa einen Schneemann Er heißt Olaf Er ist immer gut gelaunt, lacht viel und ist witzig Das klingt nach einem richtig guten Freund Oh ja, das ist er Und weißt du, was ich mir für diese Weihnachtszeit vorgenommen habe? Was denn? Hast du dir das von Olaf abgeguckt? Genau, Olaf denkt immer positiv Und steckt andere mit seiner guten Laune an Olaf ist immer für Anna und Elsa aus dem Film da Ich glaube, das nehme ich mir für diese Weihnachtszeit auch vor Ein guter Freund zu sein und positiv zu denken Das klingt nach einem guten Plan Und weißt du, was mir Olaf noch beigebracht hat? Er liebt Umarmungen Und manchmal braucht man nur eine Umarmung Und es geht einem sofort besser Da hast du recht Umarmungen sind sogar kostenlos Und tun gar nicht weh Elsa, bitte rede mit mir Alle fragen, wo du bist Sie sagen, sie sagen, sei mutig Ich versuch es ja Ich bin doch für dich da Lass mich doch rein Wir haben nur uns beide Nur du und ich Was sollen wir nur tun? Willst du einen Schneemann bauen? Ich bin doch nicht Ich bin doch nicht Ich bin doch nicht Vielen Dank.